Hallo Freunde, jetzt hörte ich die Stimme so an, nachdem ich dieses jahrelang oder tagelang getan habe. Blut, Blut... Blut, Blut.... Kein Karten besprechen, meine Stimme ist total heißer, aber das wird schon wieder klappen. Alles wird gut, alles wird gut und wie gesagt, bleibt gesund und lasst euch nicht ärgern und alles wird gut. Bis bald.